Bei denen da, oder auch bei denen, da haben mich alte Sammler von mir angerufen, wie die Katastrophe in Japan war und gesagt, sie haben in den Medien genau das Bild gesehen und das war hart, wie es die Schiffe so durch die Brücken durchgezwängt hat. Wahnsinn, was alles passieren kann. Also ist doch das viel schlimmer als heute Morgen oder heute Mittag, dass man schnell noch einen Fußgängerweg schnell überfahren kann, damit man dann jemand anders ins Klinikum schickt. Ich meine mich. Also was ist jetzt schlimmer? Das kann man nicht vergleichen. Würde ich da keinen Vergleich machen. Ob das Walter Rathenau auch gesagt hätte, weiß ich nicht. Er sagt eben, denken ist vergleichen. Vielen Dank. Denken ist vergleichen.